Norddeutschland Der ist aufgesetzt Wer steckt da auch gerade drin? Das ist ein Polaris. Sieht geil aus, ne? Guck mal, seine provisorische Fahne. Soviel zum Thema Fahne. Ich kann doch nicht den Pist machen, da. Guck mal von hinten nach rein. Ja, ich fahr mal rum. Ja, das war noch ein bisschen einiges.